Eine türkische Liga Butter, 150 Gramm Spinat, aufgetaut, salzfrisch, gern ahlener, schwarzer Pfeffer, 100 Gramm frischen Jocci, Klammer auf Kühlteke, Klammer zu, 1 Schmelzkäsescheiben, Cheddar, eine türkische Liga, Yala Peflorine, Klammer auf Glas, Klammer zu, Vornian Teuro, Dollar, A, Klammer zu, I, A, und, J, R, R, G, Kirschtomaten, Lotz, Zagela, F, L, Pesto, Klammer auf Glas, Klammer zu, Dafür es Euro, Geil, E gleich gleich, Euro, kleiner als G, kleiner als A, Backofen auf 180, O, Klammer auf Ober- und Unterhitze, Klammer zu, vorheizen, eine kleine Auflaufform, mir Butter einfetten und Spinat hineingeben, kräftig mit Salz und Pfittler erherzen, Gnocchi auf dem Spinat verteilen, Käsescheiben und Jala Peos darüber geben und etwa 15 Minuten im vorgeheizten Backofen, backen und Eis genießen, R, I, 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 E, Kirschtomraten, Hänaschen und Haarbrüllen, ein, Lotz, Zagela, ein Scheiben schneiden, drin, Jokin, Rehr, den halbierten Kirschtomraten in Dreout, Lault und Heben, Lotz, Zagela, darauf legen, Pesto, Rehr, 3 Esslöffels, Zagruhren und darüber verteilen, N, V, I, 5 Minuten in Roten, Backen Hier monitoring.